Jetzt zeigen Sie uns, ob man Jethème auch auf Deutsch so schön stöhnen kann. Karatek kann einen Satz sagen und man hat das Gefühl, es ist ganz wichtige Kultur. Auch wenn jetzt nur Jethème kommt. Ach, wirkt er so? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wie ich dich liebe. Ja, ich liebe dich auch. Mein Kind. Wie ein Sturm, wie ein Schwan komme ich über dich. Ich komme und ich gehe. Na, komme und werbe, färtsch. Ja, ich komme und ich gehe. Ich komme und ich gehe. Verlasse mich nie. Wie zwei Kälber in der Brunft. Lass mich nicht allein. Warum hat Lauterbach solche Dinge getan? Ein toller Schauspieler. Auch gar kein so schlechter Kerl, wie eine Weile sein Image war. Aber er war sehr unsicher, wie viele Schauspieler, wenn er keine Rolle hat. Der hat ja doch häufiger mal Musik gemacht. Der hat es jedenfalls versucht. Das ist das schlimmste Fremdschädenstück, was ich in meinem ganzen Leben, und ich schwöre, dass ich nicht ein Stück übertreibe, gesehen habe. Oh, mach weg, das kann man ja nicht mehr mit angucken. Das ist so peinlich, dass ich sie bitten würde, das vorzuspulen. Ich hoffe, ich werde mir nur noch komme unddem nicht mehr mit angucken. Und ich werde mir schon so viel Kälber verlassen. nee, wie viele Speri Ich kann auch mal